Louis Weinhardt Wilton Die chinesische Nelke Kriminalroman, ungekürzte Ausgabe 1. Es war am 23. Dezember, zwischen 10 und 11 Uhr vormittags, als in dem Schicksal der schönen, aber arg bemakelten Miss Maud Hogarth und einiger anderer, weniger anziehender, dafür aber höchst geachteter Persönlichkeiten, durch das Zusammentreffen verschiedener kleiner Zufälle plötzlich eine entscheidende Wendung herbeigeführt werden sollte. Die Sache fing damit an, dass ein sehr gut und sehr jugendlich aussehender Gentleman, der sich Donald Ramsey nannte, diesen Londoner Wintermorgen völlig hoffnungslos fand. Kriminalnachrichten und sonstigen Anzeigen blieben seine lebhaften Augen plötzlich auf einer Stelle haften und dann spitzten sich die bartlosen Lippen zu einem dünnen Pfiff. Das lässt sich hören, murmelte er und las die Ankündigung noch ein zweites Mal. Sie betraf das Weihnachtsessen des Piccadilly Hotels am 25. Dezember um 8 Uhr abends, das Gedeck zu sechs Guineen. Für diese Kleinigkeit gab es 19 erlesene Gänge. Imperial Pfahl austern, marinier, fein, wiederholte der Gentleman, nachdem er mit dem Studium der Speisenfolge zu Ende war, und zog entschlossen das Tischtelefon heran, um die wichtige Angelegenheit sofort zu erledigen. Das Gespräch mit der Hotelleitung gestaltete sich kurz und ergab keine Schwierigkeiten. Nein, besondere Wünsche wegen des Platzes habe ich nicht, erklärte Ramsey, und als ihm daraufhin ein Vorschlag gemacht wurde, war er ohne weiteres damit einverstanden. Gut, also Nummer 28, äußerste Reihe rechts. Die Tischkarte wird noch im Laufe des heutigen Tages abgeholt werden. Danke. Der junge Mann legte den Hörer auf und warf einen Blick auf die Uhr. Da diese eben ein Viertel vor zehn zeigte, klingelte er. Bereits in der nächsten halben Minute tauchte nach einem schüchternen Klopfen Mrs. Michennen auf. Sie war eine zierliche, immer noch recht hübsche Frau mittleren Alters, aber das Anziehendste an ihr war die Sanftmut, die sich in ihrem ganzen Wesen offenbarte. Sie hatte geradezu rührend sanfte Rehaugen, eine sanfte, sehr angenehm klingende Stimme und um den etwas üppig geratenen kleinen Mund spielte ewig ein gewinnendes Lächeln. Donald Ramsey empfing sie mit einem freundlichen Nicken und Mrs. Michennen schlug verschämt die ratsanften Rehaugen nieder. Dann atmete sie tief auf und ließ ihre angenehme Stimme hören. »Ich hoffe, dass alles nach Ihren Wünschen ist, Mr. Ramsey«, sagte sie. »Leider konnte ich in der Eile. Es ist alles ganz nach meinen Wünschen und ich fühle mich bei Ihnen sehr behaglich«, versicherte der neue Hausgenosse lebhaft und das Lächeln um den Mund der Frau wurde geradezu glückselig. »Machen Sie also meinetwegen keine weiteren Umstände. Die Nachbarschaft könnte sonst vielleicht aufmerksam werden und das wäre mir nicht angenehm.« Mrs. Michennen lächelte unentwegt und schüttelte den Kopf. »Die Nachbarschaft kümmert sich nicht um uns, Mr. Ramsey«, erklärte sie. »Ich habe gar keinen Verkehr und das Mädchen ist etwas menschenscheu und sprechfaul. Außerdem benutzen wir stets den Ausgang durch den Hof und dort gibt es nur Kontorgebäude.« »Das ist mir lieb«, sagte Donald Ramsey. »Im Übrigen werde ich in einigen Stunden aufs Land fahren und erst übermorgen Nachmittag zurückkehren. Ja, und am Abend werde ich dann das Weihnachtsessen im Piccadilly mitmachen.« Mrs. Michennen, die sehr aufmerksam zugehört hatte, neigte den kokettfrisierten Kopf. »Da werden Sie also den Frack benötigen. Ich werde alles zurechtlegen. Wünschen Sie auch eine Blume fürs Knopfloch, Mr. Ramsey? Und was für eine?« Der junge Mann hob die Oberlippe und zeigte seine kräftigen, tadellosen Zähne. »Donnerwetter, Sie denken doch wirklich an alles, liebe Mrs. Michennen. Natürlich eine Blume, aber was für eine?« »Jawohl, das ist sehr wichtig. Sagen wir also eine...« Der Gentleman überlegte mit großer Gründlichkeit. »Ja, also sagen wir eine chinesische Nelke. Sie verstehen mich, nicht eine gewöhnliche Garten-Nelke, sondern eine richtige chinesische Nelke. Vielleicht können Sie so etwas auftreiben?« »Oh, sicher werde ich sie bekommen,« erwiderte Mrs. Michennen und wurde mit einem Mal gesprächig. »Zufällig weiß ich genau, wie solch eine chinesische Nelke aussieht. Man kann mir daher nicht etwas anderes aufhängen,« erklärte sie. »Ich habe nämlich diese Blume bei der aufregenden Verhandlung gesehen, die vor einigen Monaten in Old Bailey gegen Miss Maud Hogarth stattfand, weil die junge Dame einen Offizier erschossen haben sollte. Die Sache war sehr geheimnisvoll und es haben dabei gerade solche chinesischen Nelken eine gewisse Rolle gespielt. Deshalb hat auch ein ganzer Strauß davon vor dem Richter gestanden und die Leute haben sich um die Blumen förmlich gerauft, als das Urteil gesprochen war. Leider ist der rätselhafte Fall nicht aufgeklärt worden und Miss Hogarth wurde nur freigesprochen, weil die Geschworenen keine Beweise hatten. »Ja«, »Mrs. Michennen brach etwas unvermittelt und verwirrt ab, denn ihr zerstreuter Zuhörer sah mit sichtlicher Ungeduld wieder nach der Uhr. »Es dürfte nun bald ein Mann kommen,« sagte er. »Der Mann ist bereits hier,« lispelte Mrs. Michennen mit ihrem allersanftesten Lächeln. »Ich habe ihn allerdings auf den Hof geschickt, damit er sich die Schuhe gründlich reinigt. Ich werde ihn sofort heraufbringen.« Als sich die Tür hinter der geschäftigen Frau geschlossen hatte, sah sich Donald Ramsey veranlasst, die kurze Anzeige von der chinesen Nelke zum dritten Male zu überfliegen. »Die chinesische Nelke hat neue Blüten getrieben. Wenn sie ins Haus kommt, hat man genau fünf Tage Zeit, nochmals die Wahl zu treffen,« las er halblaut Wort für Wort vor sich hin und wurde so nachdenklich, dass er diesmal das schüchterne Klopfen völlig überhörte. Der Mann meldete Mrs. Michennen und griff hinter sich, um eine schwerfällige Gestalt mit sanfter Gewalt ins Zimmer zu schieben. Hierauf verschwand sie lautlos und der Besucher ließ einen tiefen Schnaufer der Erleichterung vernehmen. Er trug die wetterfeste, verschossene Kleidung der Leute vom Hafen, aber seine Derbenstiefel glänzten äußerst feiertäglich. Auch sonst hatte er offenbar für seinen äußeren Menschen ein Übriges getan, und dabei waren einige Hautstreifen von den lederartigen Wangen und dem Bulldoggenkinn am Rasiermesser hängen geblieben. Peter Owen sah weder nett noch sonderlich vertrauenerweckend aus, aber Ramsey nickte befriedigt und schob sogar einladend einen der behaglichen Clubsessel zurecht. »Setzen Sie sich und zünden Sie sich eine Zigarre an,« sagte er freundlich und dämpfte dann seine Stimme, so dass sie eben nur bis zum Ohr des Besuchers reichte. »Ich habe gehört, dass Sie sehr zuverlässig sind und allerlei Winkel Londons kennen, die man nicht so leicht zu sehen bekommt. Vielleicht lässt es sich machen, dass Sie mich in der nächsten Zeit ein bisschen herumführen und mir auch sonst in Verschiedenem an die Hand gehen?« Er sah den vierschrötigen Mann erwartungsvoll an, aber dieser vermochte noch immer nicht, ins Gleichgewicht zu kommen. Er drehte den dicken Glimmstängel unschlüssig zwischen den noch dickeren Fingern, schielte scheu nach der Tür, durch die Mrs. Mishennen davon geschlüpft war, und ließ die Zigarre schließlich mit einem bösartigen Knurren in der Tasche verschwinden. Dann tastete er mit der Zungenspitze verzweifelt im Munde herum, begann mit den gewaltigen Kiefern zu malen und erst, als die saftige Verwünschung, die ihn wirkte, hinuntergeschluckt war, kam Peter Owen endlich zur Sache. »Natürlich lässt es sich machen, Sir,« erklärte er bereitwillig, »Sie müssen mir nur so beiläufig sagen, was Sie sehen wollen.« In seinen Augen lag eine gespannte Frage, und um den breiten, zerschundenen Mund spielte ein verschlagenes Lächeln. Der junge Gentleman betrachtete sehr angelegentlich das Lichterspiel in dem kristallenen Kronleuchter. »Ich möchte zunächst einmal unter recht viele Leute kommen,« bemerkte er ausweichend, »besonders auch unter ausländisches Volk. Das Weitere wird sich dann vielleicht ergeben.« Peter kraulte sich nachdenklich das rostbraune, struppige Kalbfell auf dem wuchtigen Schädel. »Recht viele Leute und ausländisches Volk.« »Das wäre also einmal Tims feine Bude draußen im Dockwinkel,« überlegte er halblaut. »Da gibt es alles, was in der Welt auf zwei Beinen herumläuft. Aber mancher der Jungens sieht aus, als ob sein Vater und seine Mutter noch auf den Bäumen spazieren geklettert wären. Vielleicht ist das wirklich das, was sie suchen, Sir, nur...« Er schnitt eine nachdenkliche Grimasse, und der Blick, mit dem er sein Gegenüber aus verkniffenen Augen musterte, verriet, was er sagen wollte. Er war für solche Führerdienste immer zu haben und nahm es selbst mit einer ganzen Hölle voll tückischer Teufel auf, aber wenigstens ein bisschen musste sein Begleiter sich seiner Haut doch auch allein wehren können, wenn es Not tat. Er hatte schon mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet, aber da hatte man auf den ersten Blick gesehen, dass sie für solche Möglichkeiten das nötige Handwerkszeug bei sich hatten. Dieser Gentleman hingegen schien blutjung, und mit den langen, schmalen Händen, die er über dem aufgezogenen Knie gefaltet hatte, konnte man wohl kaum ein ordentliches Nasenbein kaputt schlagen oder einen Magen ins Schaukeln bringen. Das war schlimm, weil... Weiter kam Peter in seinen Erwägungen nicht, denn der andere schnellte plötzlich mit einem federnden Sprung auf die Beine. Schön, abgemacht. Beginnen wir also mit Tims feiner Bude, sagte er unternehmend. Sobald wie möglich, vielleicht schon am... Während Ramsay schlüssig zu werden suchte, erkannte Peter, dass die jugendlichen Züge ihn bisher getäuscht hatten. Der Gentleman musste weit älter sein, als er bei der ersten flüchtigen Betrachtung erschien. Nun, da das volle Licht des Lüsters auf das gebräunte Gesicht fiel, traten um die Mundwinkel scharfe Linien hervor, und auf dem dichten, dunkelblonden Haar schimmerte hier und dort bereits ein leichter Reif. Mit einem Mal gab es dem Manne vom Hafen einen gewaltigen Ruck, und er polterte unter ziemlichem Lärm in die Höhe, um sich krampfhaft in Positur zu stellen. Ja, schreckte Donald etwas verwundert auf. Also vielleicht am zweiten Weihnachtsfeiertag? Da wird es dort gewiss einen besonders großen Betrieb geben. Zu Befehl, Sir, brüllte Peter mit seiner heiseren Stimme und stand steif wie ein Stock. Dann schnappte er aufgeregt nach Luft und ging in ein gedämpftes Krächzen über. Vor acht Jahren, Sir, wenn Sie sich zu erinnern belieben, Bootsmart Peter Owen, auf Ramsey fuhr Blitz schnell mit der Hand an Peters offenem Mund vorbei, als ob er nach einer Fliege haschte. So, sagte er freundlicher, aber mit Nachdruck, damit wäre diese Sache ein für alle Mal abgetan. Und am zweiten Weihnachtstag können Sie mich so um die neunte Abendstunde hier abholen. Nehmen Sie in Zukunft immer den Weg durch den Hof. Mrs. Michennan wird ihn Ihnen zeigen. Er machte Miene, den Klingelknopf zu drücken, aber Peter Owen geriet so außer Rand und Band, dass er jeglichen Respekt vergaß und dem anderen in den Arm fiel. Tun Sie es nicht, Sir, stieß er ängstlich hervor. Ich finde den Weg schon allein. Wo der Hof ist, weiß ich bereits. Sie hat mich ja dreimal mit der Bürste hinausgeschickt, weil ihr meine Stiefel nicht blank genug waren. Es wird vielleicht besser sein, wenn ich einfach immer vor dem hinteren Eingang auf Sie warte, Sir. Es ist nämlich wegen des Primes, erklärte er auf den verwunderten Blick Ramseys, etwas verlegen und gallig. Ich muss sowas im Mund haben, wenn ich auf dem Damm sein soll. Aber die Lady hat gesagt, dass ein Teppich kein Temsewasser ist und dass man es nachher im ganzen Haus riecht. Als ob unser einer keine Manieren hätte und fortwährend nur so wild rumspuckte. Das habe ich ihr auch gesagt, aber sie hat mich sehr freundlich angelächelt und hat gesagt, geben Sie das Ding heraus. Ich aber habe darauf ebenso freundlich gesagt, nein. Und da ist sie mir auf einmal mit einem Kochlöffel, den sie hinter dem Rücken versteckt hatte, blitzschnell zwischen die Zähne gefahren und hat mir den Prim einfach herausgefischt. Er war gut einen halben Finger lang und gerade frisch. Die sanfte Mrs. Mishannon? fragte Ramsey mit einem ungläubigen Lächeln. Peter verzog bedenklich den linken Mundwinkel, besann sich aber noch rechtzeitig auf den Teppich und auf seine guten Manieren. Sie ist eine Schotten, Sir, was ich sofort gehört habe. Das hat immer den lieben Gott auf der Zunge und den Teufel im Leib. Wie gesagt, ich werde nächstens lieber draußen warten. Von 8 Uhr an bin ich zur Stelle. Und vielleicht wird es gut sein, wenn Sie sich so herrichten, dass Sie zu mir passen. Es kommen ja manchmal auch feiner angezogene Leute in den durstigen Stockfisch. Aber da gibt es dann immer ein albernes Hälse recken und tuscheln. Besonders seitdem die Geschichte mit dem Mann passiert ist, der behauptet hatte, dass so eine lumpige chinesische Nelke 500 Pfund wert sei. Wie? Entfuhr es Ramsey und Peter blickte ihn ganz verdutzt an, weil die kurze Frage gar so scharf geklungen hatte. Natürlich ist das Unsinn, glaubte er sich rechtfertigen zu müssen, aber der Mann hat es wahrhaftig gesagt. Vielleicht hatte er schon ein bisschen zu viel getrunken, obwohl man ihm davon nichts anmerkte. Er hat nur schrecklich protzig getan und deshalb hat sich sofort eines der aufgetakelten Barmädchen zu ihm gesetzt. Und weil diese diebischen Weiber immer erst mit kleinem anfangen, wollte sie ihm zunächst einmal die Blume ziehen, die er im Knopfloch stecken hatte. Aber da hat ihr der Mann auf die Finger geklopft, dass es nur so klatschte und hat ganz laut geschrien, Davon lass deine Pfötchen, mein Kind, das ist nichts für dich. Das ist eine chinesische Nelke, die gut ihre 500 Pfund wert ist. Tja, dabei wäre natürlich weiter nichts gewesen, aber zwei Stunden später hat eine Polizeipatrouille den Mann in der nächsten Gasse mit eingeschlagenem Schädel aufgefunden. Und wenn wir schon davon reden, schloss der vorsichtige Peter Owen, in dem er sich wieder einmal geräuschvoll das Kalbfell kratzte, möchte ich sagen, dass es auch gut wäre, wenn sie etwas Sicheres zu sich steckten, Sir. Soll geschehen, erwiderte Donald Ramsey etwas zerstreut, denn seine Gedanken waren bei der chinesischen Nelke, von der er in der letzten Stunde von drei Seiten so verschiedene Dinge vernommen hatte. so viele Menschen, die Menschen, die Menschen, die Menschen, Vielen Dank.